So Leute, damit willkommen zu einem neuen, ja, Let's testen, nennen wir es so, nämlich zur Bombercrew. Ähm, ja, ich werde jetzt eine, vielleicht auch zwei Folgen aufnehmen und je nachdem, ob euch das gefällt, ob es regelmäßig angeschaut wird, werde ich das weiterbringen. Äh, das mache ich jetzt in Zukunft öfter mal so. Äh, ja, worum geht es um Bombercrew? Wir steuern im Grunde genommen die Crew eines Bombers. Im Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Und es wird Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und, äh, müssen wir Missionen fliegen. Mehr weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dieses Denkmal gibt es wirklich. Äh, frag mich jetzt nicht, wo das steht. Keine Ahnung. Egal. Äh, wir starten mit der normalen Kampagne. Ich habe auch noch ein DLC. Das gucken wir uns dann auch mal an irgendwann. Aber erstmal normale Kampagne. Ich würde sagen, neues Spiel. So. Und wir müssen es natürlich erstmal so toll machen. Es ist da, Zweiter Weltkrieg. So. Äh, Wing Commander Biggins. Zeit für ein paar Ziellübungen, bevor wir dich ins, diese des Feindes schicken. Greifen Sie da an und zerstören Sie. Das sollte, äh, Kinderspiel sein. Okay. Und wie? Wie mache ich denn das? Wow. Ich muss gerade mal ganz, ganz kurz. Also ich finde, Musik ist ja schön. Aber ich mache gerade mal alles. Ah, so, jetzt kann ich mich wieder beim Denken hören. Wie mache ich denn das? Raus und rein zoomen. Okay. Halte gedrückt, um den Kammer zu bewegen. Okay, kann ich. So. Kann ich. Weiter. Was jetzt? Leertaste oder... Okay. Was mache ich jetzt? Wähle im Markierungsmodus die gelben Übungsziele. Ah. Maus ist aber empfindlich. Gibt er noch da? Ich kann mir vorstellen, Leute, dass das richtig... Ich muss echt mal leiser machen. Also es ist doch schon wirklich sehr, sehr laut. Empfindlich im Markierungsmodus. Es ist doch wirklich sehr, sehr laut schon, ne? So, was? Red den Gehschützen aus. Wie mache ich denn das? Kommandiert dann den Gehschützen zum oberen Geschützturm ab. Okay. Jo. Also wir haben jetzt anscheinend nur ne Minimal-Crew. Und, ja. Äh, kommandiert dann geht es jetzt hin zum Hinteren. Okay. Jetzt geht er hin. Was ist das? Medikit. Feuer, Löscher, keine Ahnung. Munition. Heilung. Ja. Äh, ich habe einen neuen Kurs markiert. Okay. Deine Vergütung sitzt Richtungsweise für dich. Markiere diese Richtungsweise, sobald sie angezeigt werden. Es ist immer noch hakelig, ne? Also, ich weiß ja nicht. Zum Stützpunkt zurückkehren. Okay. Äh, wir haben Bericht über fand ich Kampfflieger in der Gegend. Okay, sofort zum Stützpunkt zurück. Die machen wir platt. Die machen wir platt. Radar im Auge behalten. Hinter uns. Wo? Noch irgendwo? Nö. Hier, der kann ja perfekt anschießen. Was? Äh, Harmut aus Windeangriff mit Matthias Seben. Äh. Ich weiß. Da ist noch einer, der markiert wurde. Ei, ei, ei. Äh, Seos werden eine Menge feindlichkampf überlegt zu dir. Ich schicke Spitfiles. Ey, aber wirklich. Ich habe hier noch was aufblitzen sehen. Wo, 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 wo. Wo. So. Wo müssen wir lang? Ja. Spitfirekampflieger ist sehr gut. So. Pin Armstrong. Au. Na komm! Na! So, wo ist die Markierung? Wo ist... Also wir haben jetzt auch nur nur Minimal-Groove für Tutorials gesperrt. Also wahrscheinlich Pilot... Ah! Du nähst dich dem Luftwaffenschutzpunkt... Äh... Rollbahn, okay. Rollbahn markieren, Fahrwerk ausfahren, Zielhöhe, Manöver, was ist das? Keine Ahnung. Können wir schneller vorwärts machen? Ja. Komm, wir sind es dauert zu lang. Okay, dann zum Schluss bin ich zurück, okay. Dann landen wir einmal. So, wunderschön hier gelandet und wir haben auch, glaube ich, fast keinen Traumstoff mehr gehabt. Ja. Total Mission. Ja. Wer dem Geld bekommt, und das den Mut repariert. Aha, der Korb kam zurück. Die kam zurück alle. Haben Erfahrung gesammelt. Okay, nach besprechen, verlassen. so also ich muss sagen das spiel ist es ist ein indie game ja aber ich finde immer noch dafür dass es auch ist hatte schlichte grafik ja aber es ist ein cooles spiel wie ich finde bis jetzt ich habe sehr viele positive bewertungen sehen aufs team so uns fehlt was fehlt uns in Prozent Mechaniker glaube ich noch ein schützten Bomber Prozent können wir sehen so wie Dotscher Trier Geschwindigkeit die Silvierung drei Sauerstoff drei Dode nehme ich die Prozent Dotscher Trier ne? Alter 22 Beruf Bergwanderer was? Nehme ich sie. Oder ihn. So, schützen. Ich werde es auch so machen, Leute. Dass wir sagen, dass ihr mir quasi einfach eure Namen in die Kommentare schreiben könnt und ich werde die Crew danach benennen. Also der Pilot werde ich sein. Aber der Rest also der restliche Crew, die könnt ihr sein quasi. Und dann könnt ihr quasi hoffentlich nicht sterben, aber ihr könnt quasi ein Teil der Crew sein und dann Erfahrungen sammeln und so weiter. So. Shirley Anderson. Ich nehme Stevenson. So. Crewausrüstung. Was kann ich da machen? Komplett ausgestattet. Äh. Startzeit für Flieger. Aha. Also das hier bin ja ich. Kann ich mich umbenennen irgendwo? Kann ich mich irgendwo umbenennen? Ähm. Anscheinendlich hier nicht. Doch hier da. Augen auf dem Eierkauf. So. Also wenn... Ich nenne mich, äh... Äh... Was war die Abschließung zum Cap... 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 Passt aber eigentlich nicht, ne? Äh... Pilot... Daydreamer. So. Ich bin aber keine Frau. Ich bin Mann. Schabbat. Blue Daydreamer. So. 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 Keine Ahnung, ob was wir bräuchten. Du kriegst hier auch noch einen Flieger overall. Und ansonsten... Ja, keine Ahnung. Was braucht noch hier? Hm. Du kriegst hier auch einen einfachen Flieger overall. So. Training. Was heißt das? Ich hab keine Ahnung. Flugzeug. Wir können auch unser Flugzeug verbessern und jetzt wird's interessant. Lackierung. Äh. Ja. Erstmal egal. Backbord außen, Backbord innen. Also, alles nur im K1 aktuell. Geschütze, äh... Ich bin kein Waffen-Experte, also, schuldig, wenn ich jetzt was falsch zu sagen, ne? Bauchgeschütz, das konnte uns eigentlich ran klatschen. Nein, können wir nicht, wenn wir nicht genug Geld haben. Aber können wir da so aktuell nichts Neues ran machen. Äh... Hydraulikratzer, motorlösches Sauerstofftank, Treibstofftank, Ausrüstung, Einplatz, Medikit, was ist das? Fallschirm? Und Feuerlöscher. Sag mal, Medikit... Können wir da noch was hinmachen? Überleben. Brieftaube. War ja, glaub ich, früher wirklich so. So, Briefing. Ich würd sagen, wir fliegen einfach mal eine Mission, Leute. Äh, achso, wir haben immer noch ein Tutorial. Übungsbombenabwurf. Let's go. Wir haben eine Zielertreppe für unser Bombenabwurftraining instilliert. Dein Navigator wird einen kurzen Ziel bestimmen. Okay. Was war das gerade? Okay. Abheben. So. Komm, gib Gas. Fahrwerk einfahren. Nicht vergessen. Was ist das hier? Treibstoff. Tank links, tank rechts. Oh, guck mal. Oh, pump. Kapitänze 20 Minuten, okay. Erstmal hier markieren. Alle Klappen öffnen. Alles auswählen. Boom. Wann kommt hier was? Oh, davon kommt's. Jetzt geht's los. Musik ist geil. Gefällt mir richtig. Komm. In die Mitte. Richtig. Mitten rein. Schnell. Schnell. Ähm. Äh. Aktivier. Aktivier. Äh. Aktiviert auf hoher See fotografieren. Wir sind. Bomber. Das Oberkommando hat eine äh, der eine Crew Ich kann nichts machen Mach ein Foto von denen, okay Ich finde es immer noch seltsam, dass wir Wir sind Bomber Fotografieren, gutes Foto, 100%, okay Äh, haben Bomber das früher wirklich gemacht? Ich weiß nicht Ich bin kein Experte, was das angeht So, wunderschön Auf, zurück zum Schützpunkt Und wenn man folgt, falle ich ja, Fotograf Gibt es auch Shortcuts, okay So, wo sind jetzt Flieger? Die Musik wird schon so dramatisch Wo sind Flieger? Na Hier unten ist das Radar Okay, noch kommt nichts Oh, das ist doch System, ist ausgefallen, es muss umgehen werden, damit das Fahrwerk ausgefallen hat Oh, oh Äh, 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 Dodger Tree Kapariertes Hydrauliksystem Und wenn wir das Fahrwerk hast Ist am schnellsten nicht mehr erhöhen noch schneller durch die schüsse wir können auch nicht mehr funktionieren wie ach ja stimmt die funktionieren mit hydraulik also bewegen die sich oder wie also mit druckluft keine ahnung wo sind wir hier ist england oder ich bin nicht gut in der grafik doch wir sind auch england oder ich bin nicht sicher der spiel nach vor das fahrt wird mir gleich ausfahren wir haben ja auch klappen schadens anzeige ich habe irgendwie angst dass unser flug so komplett abgeballert werden kann so 1250 p.m. gesammelt wir haben irgendwie nur noch ganz wenig tanker glaube ich schon wieder so ja gut das kann man schneller vorführen zack 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 so was kriegen wir meine rekruten hier ich erstmal was kriege ich noch nichts nachbesprechung verlassen gut was wäre unsere nächste mission ich glaube eine schaffen wir noch und ich kann aussuchen triebwerk fabrik in zerbrück kurze dauer und die risiko ok was haben wir hier munitionslager der äh batterie tot ok suche und rettung gibt ordentlich geld was gibt am meisten geld was gibt das feinschaden reduziert bundesfirmen müssen zur folge ok ja ich würde sagen wir machen das oder ja komm das machen wir noch und dann beenden wir die folge also wie gesagt leute schreibt in kommentare äh was ihr wollt ob ihr mehr davon sehen wollt ähm und schreibt davon in welchen von der besatzung ihr gerne wärt was macht das hier eigentlich ich hab keine ahnung welchen von der besatzung ihr werdet also ihr könnt alle sein ihr könnt äh ingenieur sein navigator funker schütze schütze bomber ähm und was haben wir denn hier abbrechen notlandung ausstieg das wird wahrscheinlich noch sehr wichtig werden also der pilot bin ich aber ihr könnt jedes andere mitglied der crew sein das heißt einfach in die kommentare schreiben welches mitglied ihr sein wollt und dann den namen entweder euren namen oder irgendein anderer namen wie das mitglied heißen soll so ich hab keiner was das hier macht so dann wollen wir doch mal wo müssen wir denn da ist ganz schön weit wir sind wollten machen wir mal ein bisschen schneller vorwärts oder noch ankommen ein kurzum eine minute also die zeit verlangt sind die beschleunigung wird automatisch rausgenommen wenn wir was das was 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 oh 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 äh jetzt wird schon hektisch ne ihr merkt's klappen öffnen zwei sollten genügend glaube ich Hoffe ich zumindest Dann wollen wir doch mal Oh scheiße Na ich hab grad keine Zeit Na Ich muss erst abwerfen Oh oh wir wären schon beschossen Na wo bist du So wo sind hier die Flieger Flieger Da Es fängt gut an Äh Booter Was haben wir hier noch Wir können ein Foto machen Zwei sogar Erstmal bis Hauptbesonstil erlegen Und dann Foto So Ist hier noch irgendwo was Was will ich Komm erst abwerfen Und dann Wo ist was wo ist was da Wo ist was wo ist was da Oh unser Radar ist ausgefallen Äh Moment 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 Äh nachladen Nachladen Du gehst Hier oben in die Geschwitzkanzel Oh 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 Scheiße Äh Du referierst das hier So Und dann raus Befeuert Wir haben was verloren Leute Ich weiß ja nicht ob das so gesund ist Heiß Unser Motor ist ausgefallen Wie sieht's aus Ja du hast noch Du kannst nix Der hat auch noch genug Unser Motor brennt Ja läuft ne Moment mal Sehen hier noch Feinde Ich glaube die sind gerade weg Dann würde ich meinen Äh Äh Hier Nimm den Lösche das Feuer Oh Oh verdammt Reicht schon aus Dann äh Äh Legt das Ding wieder weg Sollte man das Ding Naja komm Ich geh mal davon aus Dass das Flugzeug auch So fliegen kann Wenn Uh der ist aber Hier Graham ist ordentlich angeschlagen Geh mal Äh Geh mal Geh mal auf die Medic-Schutz Ich geh mal davon aus Dass das Flugzeug auch noch fliegen kann Wenn es nur zwei Propeller hat Ne Äh Das Das sollte eigentlich so sein Also ich hoffe So Also wir haben hier Oh scheiße Fahrwerk sollte man ausfahren Ne Das wäre Das hab ich jetzt gerade vergessen Ich könnte Ausstieg sagen Aber ich glaube Dann brauchen wir Fallschirme für Und die haben wir nicht So Komm schon Oh wei oh wei oh wei Also wir haben hier schon Ordentlich Schaden genommen Zwei äh Motoren sind kaputt Das Ding hier So ein Seitenruder ist kaputt Also äh Hei 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 Ich glaube Ich muss auch vorsichtig sein Dass ich die Bombenschacht Nicht auflasse Weil wenn die darauf ballern Können die Bomben explodieren Und dann haben wir Ein ordentliches Problem So schneller Wir haben Kriegt Geld Kein Zeitverlangsungungsbonus Die leveln ab Können wir jetzt was aufleveln Neue Fähigkeiten Nun Was Notsturzflug Glaube ich Turbo Okay So heißt man Hase Führer ein Notsturz Wird aus Um Motorbrände zu löschen Oder schnell Auf geringe Höhe zu sinken Öde Geschwindigkeit Den du Ein fetteres Treibstoffgemisch Verwendest Okay Und jede Menge Upgrademöglichkeiten Rumpf Okay 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 Gut Was wäre unsere nächste Mission Aber ich gucke jetzt nur Was unsere nächste Mission wäre Und dann Okay Hauptsache sind Geheimwaffen Was heißt das Düsseldorfer Kampfflugzeugoperation Kurze Dauer Okay Ja da kommt Was heißt das Vor allem die Kampfflieger Asse Felix Frieder Gunnar Günther Franz Und Fritz Blitzer Donner Keil Nico Nacht Zerre Und dann noch ein paar Unbekannte Die kriegen Geld Geil So Leute Aber ich würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wieder von Bombacrew Bis dahin wünsche ich euch Einen schönen Abend Oder wann auch immer diese Folge guckt Schreibt mir wirklich mal in die Kommentare Ob euch das ganze gefallen hat Ob ihr mehr davon sehen wollt Bis dahin Ciao Leute Und Das war's für heute.